Ich weiß nicht, jetzt denke ich habe ihn ja auch noch an. Nein, da vorne spielt die Musik. Guck mal, da hier. Guck mal. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Das fängt ja nicht. Komm mal her. Er will jetzt weg. Der Annie ist das, der hier spürkopf macht. Die anderen Mädels gehen eigentlich. Die können mal runter. Hat sich einer an meinem Ding verbissen? Jetzt hörst du mal auf. Sag mal los, geh mal rüber und dann schnell zurück. Ja, aber schnell, geh mal. Soll ich ihn mal vorholen, nochmal? Ja. Ich spiel uns.